...und wir gehen mit Stolz mit unseren Fahrern auf den Straßen, denn sie gehören uns. Und ihr, ihr seid die Bastion, regiert von Irren. Und der Rest von Deutschland scheint noch von Schlaftabletten benommen. Ich bin stolz auf euch. Ihr seid die Speerspitze jeder Bewegung. Und wenn es uns nicht geben würde, wäre Deutschland wahrscheinlich schon gestern zu Ende. Wir fangen gleich an mit den Ordnungsauflagen. Ich verlese sie hier. Von uns werden keine Flaschen geworfen und wir zeigen auch niemandem den Mittelfinger. Das machen andere für uns. Unsere netten Gegendemonstranten haben heute wieder sechs Gegendemos angemeldet. Und wir freuen uns über deren Anwesenheit, solange sie friedlich sind. Denn wie immer, ihr seid unsere treuesten Fällen. Ich grüße alle linken Gegendemonstranten, wenn sie mich hier hören. Hallo! Hallo! Bevor wir anfangen, eine kleine Durchsage. Wir wollen heute demjenigen, der am weitesten hier angereist ist, ein kleines Geschenk mit nach Hause geben. Unter anderem ein AfD-Bauhelm. Und es gibt noch ein zweites Geschenk dazu. Dazu müsste ein jeder, der glaubt, von weit angereist zu sein, zu uns kommen, seinen Ausweis vorzeigen. Wir werden das auswerten. Dazu gibt es mittlerweile Handy-Apps und dann wird derjenige ausgezeichnet. Wir haben weiterhin tatsächlich immer noch die Gefahr, dass in Rostock eine Moschee gebaut wird. Und es läuft dazu eine Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative. Auch hierzu haben wir die passenden Formulare dabei. Und Sie können von jedem, der noch nicht unterschrieben hat, allerdings Einwohner der Stadt Rostock sein muss, hier an diesem Infotisch unterschrieben werden. Sie werden da gleich ausgelegt. Und wir haben auch genug Kugelschreiber dabei. Jeder, der unterschreibt, wird den Kugelschreiber mitnehmen dürfen. Und wir beginnen gleich mit der ersten Rede unseres ersten Redners Stefan Treichel von der Bürgerschaft Rostock. Und der wird uns bestimmt was Interessantes, Kommunalpolitisches mitzuteilen haben. Ich freue mich.